Mein Name ist Rocco Scharmoni und ich mache am Theater hier in Basel das Stück Immer Ärger mit Bartleby. Ich komme aus dem Norden Deutschlands und mache dort seit 40 Jahren Musik, Kunst, Theater, Filme. Ich habe den Puddelklub mitgegründet, Studio Braun, eine Serie an Theaterstücken am Deutschen Schauspielhaus, schreibe Bücher, nehme Platten auf und schaffe es so mein Leben zu fristen. Bartleby ist im Original für mich das erste Buch über Arbeitsverweigerung. Gibt es noch Ausbeutungsverhältnisse gegen die man sich zur Wehr setzen kann? Ist Bartleby als Figur in der nahen Zukunft überhaupt noch denkbar? Das größte Problem mit dem wir in Zukunft zu tun haben werden ist vermutlich die Arbeit mit KI. Gibt es noch Arbeit? Welche Arbeiten werden Menschen ausführen können? Wir Künstler sind jetzt, ich würde sagen, seit ChatGPT abschaffbar. Ich arbeite selber viel mit KI, um mich abzuschaffen. New Work, als es erfunden wurde, hatte, glaube ich, konstruktive Ansätze, um die Menschen in ein sinnvolles Arbeitsverhältnis zu bringen. Innerhalb von kurzen Zeit haben dann die Arbeitgeber reagiert und diese Techniken umfunktioniert, um die Menschen quasi noch effektiver ausbeuten zu können. Weil Wood prefer not to ist zu dem Zeitpunkt, als Bartleby diesen Satz gesagt hat, ein sinnhafter Satz gewesen, weil er direkt sagt, ich mache das und das und das tue ich nicht mehr ab jetzt. Und in meiner Jugend war das auch noch ein Satz, der eine Bedeutung hatte, weil wir uns als junge Punks auch mit einem permanenten Nein von der Umwelt und von der Welt unserer Eltern und so abgrenzen konnten. Das wird immer diffiziler und immer schwieriger heutzutage. Für mich das Wichtige ist immer das kollektive Arbeiten und ich bilde mir ein, behaupten zu können, dass bei unserem Stück Kollektivismus relativ gut funktioniert. Bühne und Kostüme werden von Dolle Balbock gemacht und sie hat da ganz wahnsinnig tolle Sachen entworfen, in beiden Bereichen. Ansonsten ist natürlich wie immer sehr wichtig Musik, ist für mich eines der wichtigsten und mächtigsten Werkzeuge in der Erschaffung von Film und Theater. Und die Musik kommt von Julius Block, teilweise in Zusammenarbeit mit Jens Rachuth. Julius Block kennt man zum Beispiel als Musiker von den Sternen und den Zitronen. Die Premiere von Immer Ärger mit Bartleby ist am 18. Oktober im Schauspielhaus in Baden.